Ach, ähm, Miss Tibbins, ist es in Neuseeland gefährlich? Lass mich nachdenken. Da fällt mir grad nichts ein. Ich hatte aber mal Streit mit einem launischen Schaf. Ich wollte etwas von seiner Wolle, weil es kalt war. Darauf sagte es Bäh. Das bedeutet Nein in der Schafsprache. Deshalb sagte ich Bäh, geizkrank. Dickens war dieser dicke Vogel, den alle kannten. Wir haben ihn Charles Dickens, den aufgeblasenen Dickwanst, genannt. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Was ist denn mit dem dicken Dickens passiert, Miss? Ach, es ist traurig. Er kam eines Tages an eine Straße, die er unbedingt überqueren wollte. Wieso nur? Seid hier vorsichtig, Kinder. Haltet schön die Augen offen. Was war das, Kinder? Kinder! Oh, sehen Sie doch mal da. Ist das ein Schaf aus Wolken? Oh, Schafe sehen eigentlich nicht aus wie Wolken. Oh, außer dieser dort. Sie hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit Barbara. Oh, und die da auch? Hm, hab ich noch nie bemerkt. Puh. Oh, ich darf sie nicht allein lassen. Das schafft sie keine fünf Minuten. Nichts ist so schön wie ein Spaziergang an der frischen Luft. Halt, bleibt stehen. Noch so'n gefährlicher Stein. Hab dich. Danke sehr, Jacko. Wer als Letzter am Monsterfelsen ankommt, ist ein Baran. Oh, es ist an der Zeit, dass wir eine kleine Rast einlegen. Nein. Meint ihr nicht, Kinder? Kinder! Wo seid ihr denn alle? Katie, Sugar, Jacko, Kinder! Alles okay. Sie nehmen, äh, nur einen anderen Weg. Einen anderen Weg? Psst, leiser. Sprechen Sie bitte leiser. Wir sind hier tief in der Wildnis. Hier gibt's Dingos, Schlangen, Krokodile. Kinder! Kinder! Wo seid ihr? Verzeihen Sie, Miss Tibbens. Es ist alles in Ordnung. Ich weiß, wo die anderen sind. Wirklich? Ja, sie sind wohlauf. Oh, ein Glück. Und wo sind sie denn? Am Monsterfelsen. Sie verkraftet das besser, als ich dachte. Und hier sind sie. Nicht?